Willkommen in der Welt der köstlichen Speisen für jeden. Heute ohne Verwendung von Zusatzstoffen, ohne Schutz. Ich teile das Rezept des Mondes, das rot ist. Wir haben wichtige Details. Ich fange an, mein Rezept sofort vorzubereiten. Indem Sie empfehlen, das Video bis zum Ende mit den Details zu sehen. Ich benutze ein Kilogramm pro Monat in meinem Rezept. Du kannst immer mehr bekommen. Ich beginne, die Schale sofort nach dem Waschen des Mondes sehr gut zu schälen. Übrigens, wenn Sie noch nicht abonniert auf meinen Kanal abonniert und Sie können mir Unterstützung durch die folgenden Videos zum Ende geben. Denken Sie daran, alle Klingelton für schöne Rezepte voneinander zu markieren. Lassen Sie uns alle Monde mit der gleichen Methode schälen. Jedes Jahr nutze ich diese Methode. Ein unglaublich einfaches und leckeres Rezept. Ich empfehle Ihnen zu versuchen. Ich schäle sofort die Schalen ab und beginne den Prozess des Häckseln sofort. Nach dem Schälen des Mondes in einer Serie. Ich bin sehr froh, wenn Sie eine Information über dieses Thema mit mir im Kommentarbereich teilen, wenn Sie eine Erfahrung haben. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie Blumen, Insekten oder Emojis in Kommentaren wie immer von meinen lieben Anhängern hinterlassen. Ich habe den ganzen Mond geschält. Ich beginne mit dem Prozess. Zuerst lassen Sie uns unseren Mond verdoppeln. Ich werde dann die Kerne im mittleren Teil bekommen. Ich werde die Kerne verwenden, um Farbe zu geben. Also lasst uns die Kerne in einer Kante bekommen. Ich entferne den mittleren Teil mithilfe eines Löffels nach der Aufnahme der Bohnen. Sie können diesen Prozess auch mithilfe von ihm tun. Nachdem ich den mittleren Teil der Ecken entfernt habe, bekomme ich die restlichen Müllteile. Wie Sie sehen können, bekomme ich die Kerne wieder an einen Hand. Lassen Sie uns das gleiche Verfahren auf OK anwenden. Nach der Anwendung desselben Prozesses beginne ich sofort den Prozess des Häckselns. Wie Sie sehen, bestätige ich diese Größe. Sie können in kleine Größe Ihrer gewünschten Größe hacken. Lassen Sie uns das Ganze mit der gleichen Methode tauschen. Ich würde Ihnen empfehlen, diese Methode zu tun, wenn Sie wollen, dass die Farbe der Montvermarmelade rot ist. Eins der wichtigsten Punkte. Für eine lange Zeit kochen. Let's kochen die Montvergem für zwei Stunden. Ach, sie kann nicht die Konsistenz sein, die wir wollen. Ich bekomme es in einem geeigneten Topf nach dem Essen. Ich war es nicht lieber, zitronig zu sein. Weil die Riten von späteren geröstet werden. Sie können zitronig sein, wenn Sie schwanger sind. Ich fülle das Wasser, bis es weitergeht, nachdem du es gefüllt hast. Eine der wichtigsten Punkte von ist Wasser genug zum Mond hinzuzufügen. Ich füge die Kerne hinzu, die ich über den Mond getrennt habe. I am getting my pot sofort. Wie Sie sehen können, wird das Wasser an den Ablagerungen angeklebt. Lassen Sie uns diese eifersüchtige Aufmerksamkeit schenken. I erhalten zum Oktan und kochen eine halbe Stunde. Dieser Weg. Lass uns aufhören zu kochen, indem wir das Zwischenprodukt überprüfen. Und es begann zu kochen, wie Sie jetzt sehen. Aradan eine halbe Stunde. Ich füge drei Tassen Zucker am Ende einer halben Stunde hinzu. Nach dem Hinzufügen von werden wir wie folgt mischen. Ich werde dann aufhören zu kochen. Sie können auch mehr erhöhen, wenn Sie die Menge des Kochers mögen. Drei Tassen Zucker werden ausreichen. Nach leichtem Rühren schneide ich das Gold und Siede. Lass uns aufhören, unseren Mund zu kochen, indem wir die Schäume darauf überprüfen. Circa 15 Minuten vom Moment entfernt. Wie Sie sehen können, begannen die Schäume sofort gesammelt zu werden. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, alle Schäume auf, diese zu bekommen, wenn sie eine Menge Monate zu jammen. Bei Axi kann ihre Marmelade gestört werden. Dies ist einer der wichtigsten Punkte. Deshalb werden die Schäume bald verschlechtert. Nachdem ich es bekomme, mische ich es noch wie folgt und lasse es wieder kochen. Circa eine Stunde ab dem Moment. Sie sehen, die Farbe allmählich begann, die Farbe und Konsistenz zu nehmen. Ich nahm die Schäume auf jeder Kontrolle weiter. Wie Sie die Monde ohne viel Schütteln sehen können, rühre ich allmählich. Nach meinem Körper begann es zu kochen. Sie sehen Ihren Aufenthalt. Diese Konsistenz reicht für uns aus. Ich werde bis zu 1 Esslöffel Zitronensaft darauf hinzufügen. Sie können auch Zitronensalz anstelle von Zitronensaft verwenden. Nach Zugabe von Limonsaft rühre ich wieder langsam. Ich werde heiß kochen, sofort nach dem Kochen ca. 5-6 Minuten. Ich werde heiß kochen, sofort nach dem Kochen ca. 5-6 Minuten. Ich füge die Materialliste wie im Beschreibungsteil üblich als Vollnote hinzu. Wenn Sie eine lange Zeit speichern, lassen Sie uns die Gläser warm füllen. Dies wird das Vakuumverfahren durchführen. Ich habe auf diese Weise kleine Gläser gewählt. Sie können die Gläser, wie sie sind, infüllen. Die Farbe war auch wirklich toll. Sie können diese Konsistenz in irgendeiner Weise ohne Zusätze und Zusatzstoffe herstellen. Ich fülle meinen anderen Glas mit der gleichen Methode. Ich empfehle Ihnen, es an kühler Stelle zu speichern, nachdem Sie Pots vorbereitet haben. Für längere Zeit. Wenn Sie mein Video mögen, vergessen Sie nicht, den Schlüssel zu drucken. Teilen Sie es mit Ihren Freunden und Freunden, die Sie sehen möchten. Nach dem Befüllen der Gläser, schließen wir die Deckel sofort nach dem Befüllen der Temperatur. Beachten wir, dass die Deckel neu sind. Ich habe jetzt meine monatliche Marmelade vorbereitet. Der aktuelle Monat ist noch heiß. Nach dem Abkühlen wird der Körper ihn zu einem Funken machen. Iver-Marmelade fließt nicht wie normale Marmelade. Nach der Abkühlung wird es leicht fließen. Asyl-Konsistenz ist O. Wie Sie sehen können, war die Farb-Konsistenz-Textur sehr schön. I empfehlen Ihnen dies wirklich. Also ein sehr leckeres Rezept. Ich komme heute näher an das Ende meines Rezepts. Sie mögen mein Rezept. Es war ein wirklich spektakuläres Rezept, wie Sie sehen. Sie können mit Feuchtigkeit versuchen. Sie erhalten jetzt Affinität für alle, die versuchen, mit der Sprache zu diskutieren in meinen nächsten Videos. Willkommen! Altjahr CMK